Was soll ich zur Ausländerbehörde mitbringen? Die Terminbestätigung Der Reisepass oder kurz der Pass Der Aufenthaltstitel bzw. die Aufenthaltserlaubnis Auch mit Zusatzblatt Wenn du noch keine Aufenthaltserlaubnis hast, musst du natürlich keine mitbringen Das biometrische Passfoto Dafür gibt es Automaten Du findest Automaten manchmal in Bahnhöfen, Einkaufszentren oder sogar in Behörden Die Fotos kotzen dann unter 10 Euro für vier Fotos Die Meldebescheinigung Du zeigst damit, wo du wohnst Der Krankenversicherungsnachweis Die Krankenversicherungskarte zählt nicht als Nachweis Du brauchst ein Dokument von der Krankenkasse Das kann man oft online erstellen Das Zulassungsschreiben oder die Immatrikulationsbescheinigung Du zeigst damit, was und wo du studierst Ein Zulassungsschreiben zeigt, dass man zugelassen wurde Die Immatrikulationsbescheinigung zeigt, dass man die Zulassung angenommen hat und die Semestergebühr bezahlt hat Die Immatrikulationsbescheinigung heißt manchmal auch Studienbescheinigung Der Lebensunterhaltsnachweis Ein Lebensunterhaltsnachweis zeigt deine Finanzen Beispiele sind ein Sperrkonto, eine Verpflichtungserklärung oder eine Stipendienbescheinigung So zeigst du, dass du genug Geld hast, um in Deutschland zu leben Der Arbeitsvertrag Falls du in Deutschland schon arbeitest Dieser Vertrag zählt manchmal auch als Lebensunterhaltsnachweis Die Heiratsurkunde Falls du als Ehepaar nach Deutschland gekommen bist Die Geburtsurkunde Falls ein Kind mit nach Deutschland gezogen ist Das Geld Manche Behörden akzeptieren nur Bargeld Manchmal geben sie auch kein Wechselgeld zurück Manche Behörden akzeptieren nur Karten Du kannst mit einer Karte und passendem Bargeld kommen Du bist dann auf jeden Fall vorbereitet Das Formular Es gibt ein Formular für alle unterschiedlichen Zwecke Du musst die Webseite von der Ausländerbehörde und deine Terminbestätigung anschauen Dann weißt du, wenn du etwas anderes mitbringen musst Im nächsten Video siehst du ein Beispiel eines Termins Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020